Ausgangspunkt ist diesmal Duolingo. Dort kann man ja viele verschiedene Sprachen lernen und bei der Auswahl werden die Sprachen immer mit Flaggen repräsentiert, das kennt man ja auch. Warum das aber problematisch ist, möchte ich in diesem Video erläutern und zwar anhand mehrerer Beispiele. Ja und als erstes will ich aus traurigem Anlass das Russische nennen, das hier, wenig überraschend, mit der Flagge Russlands repräsentiert wird. Vor dem Krieg in der Ukraine wusste ich ehrlich gesagt wenig über die sprachliche Situation dort, wir haben aber erfahren, dass viele Leute in der Ukraine Russisch sprechen, insbesondere im Osten des Landes, hier erkennbar an den roten Einfärbungen. Allerdings, und das wird in dieser Karte, finde ich leider nicht so gut sichtbar, sprechen viele Leute auch beide Sprachen, also sowohl Russisch als auch Ukrainisch, so ja zum Beispiel auch der ukrainische Präsident Zelensky. Ich will jetzt mangels Fachwissen gar nicht konkret weiter auf diese beiden Sprachen eingehen, gerade zur historischen Entwicklung kennt man das sicherlich noch viel sagen, sondern ich will auf diese Unwissenheit eingehen, eben auf diese Vorstellung, dass in Russland nur Russisch und in der Ukraine nur Ukrainisch gesprochen wird. Das klingt natürlich logisch und klar, Ukrainisch ist die Amtssprache der Ukraine und Russisch ist die Amtssprache Russlands. Insofern ist es natürlich verständlich und ich muss betonen, es wäre natürlich Quatsch zu behaupten, dass Sprache und Nation rein gar nichts miteinander zu tun hätten. Aber wie wir gesehen haben, sind sie eben nicht immer deckungsgleich. Etwas anderes zu behaupten ist gefährlich. UkrainerInnen, die Russisch sprechen, sind natürlich trotzdem UkrainerInnen und keine RussInnen. Und auch ganz pragmatisch gesehen muss man sich bei der Aufnahme zum Beispiel von Geflohenen aus der Ukraine darauf einstellen, dass viele eben besser Russisch sprechen, wie hier Marina Weisband hervorhebt. Und unterstützt wird dieses pauschale Urteil des 1 zu 1 Verhältnisses von Nation und Sprache meiner Ansicht nach eben durch die Repräsentation von Sprachen mit Flaggen. Dass auch in der Ukraine russisch gesprochen wird, wird bei Duolingo ja gar nicht deutlich und so wird die Mehrsprachigkeit unsichtbar. Klar, es wäre jetzt natürlich verwirrend, das Russische mit der Ukraine Flagge zu repräsentieren. Am besten sollte man das mit den Flaggen einfach ganz sein lassen. Das zeigen auch andere Beispiele, bei denen die Problematik, denke ich, vielleicht sogar noch deutlicher wird. Denn gerade bei Weltsprachen, die in vielen verschiedenen Ländern gesprochen werden, ist es natürlich auffällig. Beim Englischen wird manchmal die britische und manchmal, wie hier, die US-amerikanische Flagge gebraucht. Teils gibt es auch Mischungen von beiden Flaggen, das ignoriert aber natürlich die ganzen anderen Länder. Gut, bei Duolingo lernt man amerikanisches Englisch, deshalb kann man hier zumindest sagen, dass das passt. Beim Spanischen ist es aber anders. Auf der Beschreibungsseite wird extra gesagt, dass man dabei in Spanisch lernt, das mehr in Lateinamerika verwendet wird. Trotzdem wird die spanische Flagge benutzt, das kann man als Eurozentrismus sehen. Beim Portugiesischen hingegen wird die Brasilien-Flagge genutzt. Man lernt hier auch brasilianisches Portugiesisch. Der Beschreibungstext erweckt den Eindruck, Portugiesisch würde in nur zwei Ländern gesprochen werden. Das stimmt aber natürlich nicht. In Angola beispielsweise gibt es mehr Portugiesisch-Sprechende als in Portugal. Das wusste ich auch lange Zeit nicht, genauso wie viele Leute aus weit entfernten Ländern vielleicht gar nicht wissen, dass nicht nur in Deutschland Deutsch gesprochen wird. Die österreichische Flagge beispielsweise wird ja aber eigentlich nur dann verwendet, wenn es um Austriazismen geht, also um Wörter, die nur oder überwiegend in Österreich verwendet werden. Das Deutsche ist, wie die anderen zuvor besprochenen Sprachen, eine plurizentrische Sprache, also eine Sprache, die in mehr als einem Land Amtssprache ist. Um genau zu sein, ist Deutsch in sieben Ländern nationale oder regionale Amtssprache. In Deutschland, Österreich und in Lichtenstein ist sie die einzige nationale Amtssprache, in der Schweiz und in Luxemburg eine von mehreren. Regionale Amtssprache ist Deutsch in Ost-Belgien, in der deutschsprachigen Gemeinschaft dort und in Italien, in der autonomen Region Trentino-Süd-Tirol. Manche Bereiche sind auf dieser Karte nur schraffiert und das hat nichts direkt mit dem Status als Amtssprache zu tun. Ulrich Ammann unterscheidet zwischen Vollzentren und Halbzentren der deutschen Sprache. Demnach sind nur Deutschland, Österreich und die Schweiz Vollzentren. Das Kriterium für ein Vollzentrum ist das Vorhandensein von Nachschlagewerken, also vor allem Wörterbüchern, zur jeweiligen Standardvarietät. Wichtig ist mir aber zu betonen, dass Deutsch nicht nur in diesen sieben Ländern gesprochen wird. Die deutschsprachigen Minderheiten in vielen verschiedenen Ländern sollte man auf gar keinen Fall vergessen. In einigen Fällen spricht Ammann sogar von Viertelzentren der deutschen Sprache, nämlich in Rumänien, in Namibia und in den Mennonitensiedlungen in Amerika, da es hier, Zitat, standardsprachlich anerkannte Formen des Deutschen gibt. Ich weiß aber nicht, wie sinnvoll dieser Terminus ist, angesichts der zahlreichen anderen deutschsprachigen Minderheiten. So richtig durchgesetzt hat er sich jedenfalls nach meinem Eindruck noch nicht. Jedenfalls ist diese plurizentrische Auffassung der deutschen Sprache wichtig, denn das bedeutet, dass sprachliche Besonderheiten der Zentren des Deutschen nicht als Abweichungen von einer übergreifenden deutschen Standardsprache gelten, sondern als gleichberechtigt nebeneinander bestehende standardsprachliche Ausprägungen des Deutschen. Und genau das ist bei der Auswahl der Flagge Deutschlands eben nicht der Fall. Durch die Flaggensymbolik wird nicht nur die Plurizentrik nicht berücksichtigt, sondern eben auch Mehrsprachigkeit, insbesondere natürlich Minderheitensprachen, die eben in keinem Land Mehrheitssprache sind und so zu gar keiner Flagge zugeordnet werden können. In Deutschland etwa das Friesische, das man noch in Nord- und Saterfriesisch unterteilen kann, das Niederdeutsche im gesamten Norden, das Sorbische in Brandenburg und Sachsen unterteilt in Obersorbisch und Niedersorbisch und verteilt in ganz Deutschland das Romani, auch Romanes genannt. Ja, diese Sprachen fallen so leider komplett unter den Tisch. Trotzdem werden Flaggen leider sehr häufig verwendet und eben nicht nur bei Duolingo. Das geschieht sicherlich nicht nur aus Unwissenheit, sondern vor allem, weil Flaggen so schön visuell sind. Die gewünschte Sprache kann so schneller gefunden werden. Also ich kann das irgendwie verstehen, aber trotzdem ist es eben nicht richtig. Wenn man jetzt trotzdem ne visuelle Darstellung möchte, bräuchte es theoretisch davon unabhängige Sprachflaggen. Hier mal ne hypothetische Flagge für das Deutsche. Ich habe die Farben mehr oder weniger willkürlich gewählt, auch wenn die natürlich auch immer eine gewisse Symbolik haben. Man könnte mit den Flaggen dann auch Sprachverwandtschaft markieren. Man könnte zum Beispiel sagen, dass der obere Farbton für das Indoeuropäische steht, der mittlere dann für das Germanische und nur der untere dann für die jeweilige Einzelsprache. Beim Englischen beispielsweise, das ja auch zu den germanischen Sprachen gehört, würde sich dann nur der untere Farbton unterscheiden. Genauso zum Beispiel auch das Friesische. Eine Sprache wie das Französische wäre dann nur im oberen Farbton identisch. Der mittlere Farbton müsste dann für die romanischen Sprachen stehen. Und bei Sprachen aus anderen Sprachfamilien müsste dann natürlich auch der obere Farbton ein anderes sein. Man könnte auch die Streifen irgendwie anders längst zum Beispiel anordnen und theoretisch denkbar wären auch noch feinere Unterscheidungen, zum Beispiel auch mit Einbezug von Dialekten. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob schon mal jemand ein ähnliches Gedankenexperiment gemacht hat. Aber ja, mir ist vollkommen klar, dass das jetzt natürlich eine Spinnerei ist und sowas sich auch gar nicht durchsetzen kann. Aber vielleicht war das ja trotzdem ein interessanter Denkanstoß. Ich jedenfalls habe mir lange Zeit gar nichts dabei gedacht, dass Flaggen für Sprachen benutzt werden. Gerne könnt ihr mir eure Erfahrungen, eure Meinungen in die Kommentare oder auch auf Twitter oder Instagram schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Ganz zum Schluss will ich Duolingo aber auch noch loben. Eine Verknüpfung von Sprache und Nation ist zwar jetzt auch die Ankündigung, die Werbeeinnahmen vom Ukrainischkurs für die Ukraine zu spenden. Aber in diesem Fall finde ich das natürlich vollkommen in Ordnung und eine gute Sache. Vielen Dank.